Ich würde den Beschwerde nicht schreiben. So geht das nicht. Die Gewerkschaft, ja, das ist auch gut. Kerzeblasen, Event mitbekommen und Bewegungssensor. Okay. Strom, 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 Strom. Strom ist... Unten? Ja, im Keller. Insel Keller, Insel Keller. Oh, okay. Ist das der Keller? Die Tür ist schon offen, sehr nett. Ja. Die werden schon empfangen, ja? Hm, Frischfleisch. So muss man sein. Oh, die Bude hat auch komplett umgebaut. Jetzt ist die Küche vorne rechts. Krass. Ja. War ein bisschen kreativ, ja. Sehr, sehr musikalisch. Danke. Ich bin der dritte gehört. Wo bist du? Da bist du. Ich bin von dir gewesen. Das könnte wohl sein, ja. Hm, interessanter Wohnungsaufbau jetzt. Das ist so ein bisschen in die Länge gezogen, ja. Ich glaube, er ist oben. In welcher Form, Art und Weise hat dich denn die Erkenntnis geküsst? Ja, hier, ganz seit irgendwas. Die Türen sind offen. Oh ja, Knochen. Oh nein. Oh nein. Das ist mein Baby. Guck mal bitte direkt im Eingang. Da hab ich eben öfter mehrmals geguckt, da ist nichts. Da sind 3 Grad. Das mag sein, aber da ist kein Orb. Er randaliert hier. Er hat gerandaliert? Er hat gerandaliert. Wo denn genau? Weiß es nicht. Das ist gut. Oh, da schon wieder? Wo? Ah, hier hinten. Zwei Grad gehabt. Warte. Wo hat er denn hier randaliert? Fürs die ganze Zeit. Oh, oh. Hand. Ja. Ja. Es hat mich, es hat mich. Es war genau hinter mir. Also ich glaub der Dot-Sensor war schon gut angelegt. Wo bist du, Britta? Na aber der Dot-Sensor liegt da ein bisschen falsch, ne? Ich liege sehr dramatisch da. Ich liege sehr dramatisch da. Das ist wirklich sehr dramatisch wie du da im Bild liegst. Das macht ja nicht viel Sinn. Doch, um die anderen zu töten. Ah, stimmt. Er hat auf dem Küchentisch eine Tasse umgeworfen. Wie auf dem Küchentisch? Also hier gleich beim Eingang der Tisch. Also hier beim Eingang der Tisch. Also hier beim Eingang der Tisch. Oh, hinter die Scheiße. Sie war genau hier links am Ende vom Tisch. Da ist sie gespawnt worden gerade. Rechse. Mir fast ins Hemd gemacht. Also praktisch genau da auf der Eingang. Hier. Ja. Drecksau. Deines Kindes ist das. Ich glaube ich brauche gleich neue Unterwäsche. Komm, sie hat dir sogar ein kleines Lichtlein angemacht. Ist das nicht nett? Ja. Ist mein Grablicht. Er triggert ständig die Bewegungssensoren, aber ich kann nicht sehen welche. Das war ich. Links. Hier zum Flur hin. Da ist das Vieh jetzt. Das war ich, ja. Aber kurz davor war er das. Das ist halt doch in der Richtung unterwegs. Ich weiß es. Was warst du das? Nein. Wły固. Wollte банungen. Ölwäre ich organisation, oder? Wollte bl reprochen kann ich eigentlicheues. Wollte blopfen, wo das Ganze warst. Das war ich noch nicht. Wollte es um alle sage. Amen. Schau aufbremšamientos werden. Das war jetzt. Das war jetzt. Wenn du hier bist, schreib bitte ins Buch. Das war jetzt. Das war jetzt gerade. Finger tragen. Haben wir noch irgendwas? Nein. Oh, wer hat hier irgendeinen Schrank aufgemacht? Fingerabreife. Okay. Welchen Schrank hat er aufgemacht? Den kann ich ja nicht sehen. Oder ob das eine Tür war oder so. Keine Ahnung. Okay. Finger abdrücken. Dämonhuntumimikjin. Mimikjin. So aggressiv wie er ist, würde ich auf den Dämon tippen. Dots fallen weg. Dots fallen weg. Dots fallen weg. Ort müsste auch wegfallen, weil da habe ich auch nichts gesehen. Gut. Gut. EMF, Box oder Buch. Ins Buch schreibt er auch nicht. Ich guck mal, was das andere macht. Oder ist es das? Das und das. Das und das auf dem Tisch. Die zwei. Ich habe da auch nicht reingeschrieben. Also können wir Buch auch streichen. Gin oder Mimik. Gin. Gin. Also Box oder EMF5. Box habe ich mehrmals versucht, gut nicht auf der Ecke da hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich mit 65% jetzt nochmal rein will. Wir hätten ein Messer runtergeschmissen. Okay. Wenn besser, ja. Das ist ja schon. Schon kein gutes Zeichen. Na gut, ich versuche es noch einmal mit der Box auf ganz schnelle Wende. Bist du hier? Wo bist du? Kannst du bitte in dieses Buch schreiben? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Reit bitte in dieses Buch. Wie alt bist du? Also EMF5 oder Box? Ich würde eher zu EMF5 tendieren, so wie hier die Sprünge auf der aktuellen Gesamtaktivität immer hoch und runter gehen. Okay. Also Gin. Hast du eingetragen? Ja. Können wir fahren? Ja. Machen wir das. Jetzt laufen doch noch Dots. Ja. 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 nee. Nee. Naah. Vaas. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020